Anlässlich dem Flughafenfest in Zürich zum 75. Geburtstag des Flughafens fand am Freitagnachmittag, den 3. September 2023, die atemberaubende Flugshow der Patrouille Swiss statt. Dass ein Airbus von Helvetik mitflog, machte die Vorführung umso spezieller. Die Patrouille Swiss, kurz PS genannt, ist eine Kunstflugstaffel der Schweizer Luftwaffe. Viel Spaß bei den spektakulärsten Szenen der Darbietung. Die Patrouille, die in Zürich, in Zürich, in Zürich, in Zürich, in Zürich, in Zürich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020